Challenger einfach noch einen Tacken geiler. Das ist einfach so meine Meinung. So, hier vorne müssen wir doch schon hin. Da ist er doch, der Straßentuner. Er ist ziemlich runter gekommen, muss man mal sagen. Aber damit dreht man den Ort noch mal. Klopf, klopf, ich müsste mal mit rein. Schön.